Für die Anfangsjahre kann die Stadt mit der Überbrückungshilfe eine Lücke im sozialen Netz schliessen. Die Hilfen sind für armutsbetroffene Personen gedacht, die den Kontakt mit den Behörden meiden, weil sie Angst vor negativen Folgen haben. Darum hat die Stadt die Anlaufstelle oder Fachstelle für Sozialarbeit der katholischen Kirche übergeben. Sie arbeiten mit weiteren sozialen Institutionen zusammen. Ich hoffe, dass wir so mit diesem neuen Angebot Personen erreichen, die kurzfristig und dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.